Hi, willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Während der Quarantäne kann man sich ja nicht so ganz frei draußen bewegen und deswegen braucht man natürlich umso mehr Aktivitäten, welche man auch indoor ausführen kann. Genau aus diesem Grund baue ich heute mal ein DIY Balance Board. Ich war gerade im Baumarkt mit meiner Freundin zusammen, denn wir bauen zwei Stück insgesamt. Wir haben 60 Euro für alle Materialien gezahlt, das heißt so grob 30 Euro müssen wir jetzt pro Board damit rechnen. Aber inkludiert ist natürlich dann auch Lack, Schleifpapier, verschiedene Farben und und und. Ich zeige euch kurz mal Stück für Stück, was wir für welchen Preis gekauft haben. Als erstes braucht ihr natürlich ein Brett. Hier haben wir jetzt einen Verschnitt genommen, der 7,50 Euro gekostet. Da wird aber leider nur ein Board rauskommen, sozusagen von der Größe. Und das zweite Board, weil eben schon relativ wenig im Verschnitt nur noch vorhanden war, mussten wir dann hier ein neues kaufen. Das hat dann irgendwie 8 Euro gekostet. Das heißt, rechnet mal zwischen 5 und 10 Euro damit, was ihr für ein Board ausgeben müsst. Wenn ihr Glück habt, kriegt ihr im Baumarkt auch irgendwelche Verschnittteile für 2 oder 3 Euro. Das war bei uns aber heute eben nicht möglich. Deswegen, wie gesagt, so einfach 5 bis 10 Euro dafür einplanen. Um das Ganze natürlich auch aussägen zu können, braucht ihr eine Stichsäge. Ich bin noch kurz bei meinem Onkel vorbeigefahren, habe da eine ausgeliehen. Haben die meisten Haushalte aber eigentlich zu Hause. Und ansonsten, wie gesagt, kosten auch die, glaube ich, gar nicht so viel. Ich verlinke euch einfach mal eine passende Stichsäge auch in der Videobeschreibung, falls ihr keinen Baumarkt in der Nähe habt und das ganze Zeug online bestellen wollt. Wie gesagt, dann werde ich euch auch alle Komponenten mal online aussuchen und verlinken in der Videobeschreibung. Als nächstes, als Rolle, haben wir hier einfach solche Rollen aus dem Baumarkt genommen. Die kosten irgendwie 2 Euro pro Stück. Also wirklich auch super gut. Die sägen wir dann einfach hier ab, sozusagen dieses größere Stück, dass das Ganze clean wird. Und um das Ganze herum, als bisschen Dämpfer und auch für ein bisschen Grip, kommt dann eine Korkmatte. Die Matte sieht wie folgt aus. Ihr seht, die Größe circa reicht für beide Rollen. Das Ganze hat 7,99 gekostet. Das Ganze kommt dann sozusagen einfach als Grip drumherum. Dann versuchen wir bündig da anzubringen. Haben wir uns noch so ein Alleskleber gekauft. Auch der lag, glaube ich, bei 5,99 das Stück. Und damit befestigen wir dann sozusagen die Korkmatte an den Rollen. Sobald die Bretter dann zurechtgesägt sind, werden die natürlich auch noch abgeschliffen. Dann haben wir hier uns mit 2,50 Euro pro Stück einmal 10 relativ grobe Schleifpapiere und dann noch 10 relativ feine geholt. Damit werden wir das Ganze einfach schön abrunden erstmal. Und daraufhin kommt dann sozusagen noch unsere Farbe, unser Muster und so weiter drauf. Das, was wir eben wollen, wie man es personalisieren will, das kann man weglassen. Ich kann euch sagen, lag ist verhältnismäßig noch relativ teuer. Wir haben, glaube ich, 6 Euro pro Döschen sozusagen bezahlt. Aber wir wollen die natürlich schon auch cool selbst customizen. Deswegen haben wir uns hier für einmal Klarlack und dann noch Schwarz und Grün entschieden. Mal sehen, was wir daraus anstellen können. Um das Ganze natürlich auch gut auftragen zu können und gleichmäßig zu verteilen, haben wir uns hier noch ein Pinselset für 3, 4 Euro mitgenommen. Also würde ich auch auf jeden Fall euch empfehlen. Aber wie gesagt, wer das Ganze wirklich rein ohne Optik machen will, der kann hier die komplette Farbe, die Pinsel und so weiter weglassen. Da braucht man wirklich nur Rolle, Bord und eine Säge. Und das war's. Aber wir wollen das Ganze natürlich auch optisch schön machen. Deswegen, ja, gucke ich jetzt einfach mal, wie das Ganze funktioniert. Wir nehmen euch so ein bisschen in den Zeitraufferaufnahmen mit und wir sehen uns dann gleich beim fertigen Bord. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschau. Bis zum nächsten Mal.